Hallo, ich bin Chefkoch Klink. Ich will kacken die Schokoladechipp Kickseride, im Englisch Chocolatechipp Cookie Bugs. Das Eier Die Schokoladechipp Die Butter Der Braunzucker und der Weißzucker Das Backpulver Und das Weißmehl Misch der Zucker Geiss die Butter Fug der Zucker hinzu Fug der Backpulver hinzu Schlagst Eier auf und fug es hinzu Misch die Mischken Sprecher Sprecher Für das Mehl hinzu. Erhitzt da offen zu 375 Grad. Fug, die Schokolade zu checken, hinzu. Fug, mehr Schokolade zu checken, hinzu. Misch, die Mischung. Fug, mehr Schokolade zu machen. Fug, mehr Schokolade zu machen. Wasch dir Hände. Fug, die Mischung hinzu. Fug, mehr Schokolade zu machen. 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 Spannende Zutaten Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020